Servus Land, es ist Hanno hier. Nach langer Pause geht es weiter. Wahrscheinlich gibt es nach dem Video wieder 5 Wochen Pause oder sowas. Nein, ich spiele Maokai Toplane. Mit dabei sind nur Vastidus und der Darn, Shred und Kahn, weil das ist Katze drehen, Katze drehen, Katze drehen, das sind irgendwelche Leute, die keiner kann. Ich gehe jetzt auch kurz eine Katze drehen. Die Katze abdrehen, damit die nicht zu viel... Oh, okay, keine Ahnung, ich war irgendwie beim Heimweg, ich bin quasi von der Arbeit gerade nach Hause gekommen und war irgendwie so überdreht, aber irgendwie legt sich das alles wieder, weil irgendwie das Publikum hier so schlecht ist und bei meiner Witze nicht lacht, sondern mich nur ignoriert, wenn ich über einen Blödsinn rede. Verdient. Sieht man, das sieht man da, das sieht man da, ja. Achso, ich mache, ich mache, mache ich ein Camp Level 1. Kannst schon machen. Gehen die Wolves? Wie lange halten die? Was ist hier unten? Mh, machen wir halt die Wolves. Keine Ahnung vom Problem. Ich glaube einfach Alter 4 drücken, dann nach 10 Minuten wieder einloggen, schauen, wie es ausschaut, wieder Alter 4 drücken, dann nach 15 Minuten wieder einloggen und dann einmal Teleport drücken, alle wegownen und fertig ist das Spiel. Warte mal, was muss ich jetzt eigentlich machen? Fuck, bin ich schon zu spät? Ich glaube schon. Oh fuck, ich bin zu spät, glaube ich. 35 halt. Es sind 25 Sekunden, was ich gemacht habe, aber ich bin zu schlecht. Warum hast du schon HP Followern? Weil ich gerade in eine Trap reingelaufen bin, die lag mitten auf meiner Lane. Nein, wir spielen gegen Caitlyn. Hopp, ich passe nicht auf. Oh mein Gott, ich passe nicht auf. Da liegt schon wieder in der Trap. Ich bin gegen Caitlyn, Mitte. Hä? Okay. Oh Mann, Suicide. Oh, ich glaube der... Nee, der Set ist nicht auf. WTF, warum mache ich denn eine Caitlyn in der Mitte? Was führe ich da auf eigentlich, Alter? Ich bin so schlecht. Keine... Keine ADC. WTF. Oh Mann, what the fuck am I doing with my life? Das auch schon denn. Oh mein Gott. Das ist so schlecht. Ich habe das überhaupt ur-falsch gemacht, keine Ahnung. Wurscht. Und jetzt kann ich erst mal backen. Das sind die Anti-Set-Tactics, damit der auch ja nix machen kann gegen mich. Jetzt hole ich mal 5.000 Pods. Und noch ein Wort. Und dann teleporte ich mich nach oben, weil ich sonst alles fülle... Das ist nicht so, dass davor Mitte ganken. Mitte ganken? Soll ich? Also... Oh lol, der denkt sich jetzt, was habe ich gerade gemacht? Was ist da passiert? League of... League of Bugs. Ah, ich bin so langsam. Wir haben aber... Da war zwei ADCs. Und dann noch ein Set. Also die? Ah ja. Ja, die Captain ist ja hier in der Mitte. Ich glaube, du musst doch die Rüstung bilden oder so. Oder ist der... Ist der Canon AP? Ne. Oh Mann, bin ich schlecht. Äh, der Canon? Ah, der macht einen Canon, WTF. League of Canon. Ich glaube, der hat Respekt auch einmal von mir. Wahrscheinlich... Achso, achso, wir wollten nur fragen. Ich dachte, jetzt Splendor mich gleich oder so. WTF are you doing, Mau? WTF are you doing? Ach komm, geh dich verkragen, Caitlyn. Aber das ist... Du verwechselst, glaube ich, Caitlyn mit Rack. Das ist so witzig. WTF? 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 Das Damage-Kombo! To-Srog! Oh, der ist halbe HP. Easy. Im Bald OM. Oh, ich habe einen Mana-Pod. Bin ich gut oder bin ich sehr gut? Sehr gut. Na, schau. Das hört man doch gerne. Ich verstehe, weil ich gleich gegankt und dann bin ich tot. Oh, der ist Level 4. Der Level 4 Power Spike. WTF? Das ist stark. Level 3 meinsch? Level 2 Lucian Power Spike? Level 2 Lucian Power Spike? Ich mein jetzt von ihm eigentlich, egal. Hey, warum Lucian? Kennst du nicht das Meme Level 2 Power Spike von Lucian was bei skillcapped.com immer gesagt wird quasi? Oh fuck, was tue ich eigentlich? The fuck am I doing? Hätte ich was anderes starten sollen? Dann eh Doran's Ring, oder? Nee. Oh fuck. Schon richtig. Das wäre ein Kali-Gank. Ah, der hat Red Buff. Das ist einfach unfair. Gott sei Dank hab ich noch meine Imba 7. Gehen jetzt alle Trads mit, Alter. Oh oh, der hat Ignite. Ist nicht gut. Jetzt flasht er gleich. Nein. Nein, doch nicht. Nein. Ahhhh, not so very good. Nice! Uh, der Return Kill. Das war greedy von mir. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Flash mehr. Fuck my life. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Oh, der ist einfach so grob. Hast du mir auf den Buff geklaut? Äh, die Wölfe. Den Buff! Den Wolf-Buff. Äh, ich will nicht beachten sollen, da hätte ich eine Chance gehabt gegen den Zed. Hilfe, ich brauch Hilfe. Okay. Ach komm. Wirklich? Brauchst Hilfe? Oh man, komm. Wirklich? Wirklich? Warum? Warum? Weil Kirche nicht da ist. Warum? Geh weg. Ich weiß nicht, ob ihr ein Wort habt in dem Backstack. Oh man. Nice, ich komm. Easy. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Bin ich zu früh drauf gegangen? Ja. Du wirst, wenn ich weiterfalten soll, nicht zurückgehen. Oh, der ist ein Pink Ward. Und du hast ihn nicht genommen. Das waren 30 Gold für dich. Ja, ich gebe den. Dann hab ich dir extra Glassen. Keine Ahnung. No, wo war ein Pink Ward? Ja, bei mir halt da drin. Achso, ich dachte der Wolf war. Oh, der hat überhaupt keinen Cooldown, Alter. Was ist das für ein OP-Ultimate? Oh. Haben sie doch voll oft genervt den Cooldown von dir. Was ich mein, äh, von meinem Ultimate jetzt meine ich. Ja, ich weiß. Irgendwie spielt der Ur-Passiv der Set, ich versteh das nicht. Warum killt mich der nicht einfach? Das war jeder scheiß Catelyn Kugel getroffen. Oh, fuck my life, Alter. Nein. Oh, Dead Damage da oben. Hm, soll ich auch passen. Aua. Ja, das tat weh. Kann doch einfach eine Blastik mal hinten nehmen und einfach sagen, wurscht. Wurscht. Oh, fuck. Die machen gerade den Clou. Auto-Attack. Fuck. Hätte ich mein... Fuck. Fuck. Nein, Alter, ich bin am Feeden. Oh, Catelyn... Ne, nicht Catelyn, sondern Cardi-Bot. Und was ist besser? Canon Support oder Canon ADC? Das wird sich jetzt gleich rausspringen. Uh. Ich geh drauf. Ja, geh mal drauf auf die, Catelyn. Geht schon. Oh, oh. What the fuck? Es ist. Ah, okay. Dann kommt jetzt noch Katelyn. Okay, dann halt nicht. Ja, was ist denn passiert? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Eine Katelyn, wirklich. Wird das kommen können, man. Das sind fiese Kills da unten. Können wir mal Ulti nach unten schießen? Geh mal lieber zum Shacken. Wir leben alle low life. Ich glaube, wenn der Ulti trifft, sind die vielleicht tot. Boah, aber der Farm sieht schon nicht schlecht aus, außer auf dem Portal. Oh, man. Jetzt hab ich voll Teleport-CD. Oh, man. Alter. Alter. Loll, fast stell ich dich noch auf den. Loll. Uh, what the fuck? LOLL, ich geh noch auf die Catelyn! Ach. Mann. Jetzt fast den Track. Oh, man. Was ist los? Nix. Kann ich... Ich kann grad überhaupt nix halten. Ich hab drei Tote und bin einfach useless. Super. Jetzt kann ich da von 5000 Jahren anfangen. Versuchen zu Last-Hippen. Hm. Na toll. Sohn? Oh. Du. SS? Mitte? Yes. Ah, ist wieder da. Oh mein Gott, der Damage. Hat halt Brutalized. Ich hab noch keine Armor gestackt. Ich hätte auch Armor stacken sollen. Vielleicht First-Item. Ist der Kali auch schon wieder? Nein! Ah, doch. Boah, in der Kuh hab ich sie gekillt. Was nicht geil. Die Yogi könnte zu dir kommen. Die war bei mir vorher Top-Lane. Oder was? Oh man. Was? Aps? Achso. Weil du grad sie wegbörstest oder was? Na immerhin. Immerhin. Einer spielt gut von uns. Hehehe. So, weil das Maokai eh so Meta-Champ und alles. Ich hab keine Ausgaben. What the fuck? Jetzt geht er gleich rein. Hat er nicht gut geht? What the fuck? Oh, das ist nicht gut. Oh. Ja, das war klar. Ich bin grad auf. Ähm. Lol, in der E. Ach. Ups. Oh lol. Hat er noch Flash. Machen dann die Supporter hier in der Mitte. Ja. Hm. 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 Hehehe. Just kidding. 0-4, Alter. Ah, hätte besser sein. Hätte besser laufen können bei mir. Hm. Hm. Ja, dann vergeht meine Luz gleich wieder. Lol. This life was not meant to be. Ebay a triple. No. Oh, weil der Vayne läuft. Wieso? Die ist ziemlich schlecht. Wieso? Die hat unsere Kuh wieder abgenommen. Da will ich sonst, dass er nicht den Tower attackt. Hm. Ja, der Kinn hat vier einen. War schön in der Mitte, oder? Ich geh jetzt mal auf die Botany. Ok, mach ich. Ja. Oh. Hm. Ich weiß noch. Vielleicht wollen wir die auch diven, oder so. Wie viele Kills hast du schon, bitte? 6 Kills, naja. Brauchst eine Q6 gegen den Side auf jeden Fall, der hat viel Damage und Kills. Was? Was? Was ist das mit Kinn? Ich hab grad zu Kinn gesagt, dass Kinn fehlt. Achso. Ich mach den Fertiger. Achso, den Recoff braucht man jetzt für... ...Lady of the Ring, Kinn, geil. Ja. Ja. Ich glaub den können wir nicht. Ich bin zwei Level unter dem. Ich hab gar keinen Platz im Inventar. Easy. WTF? Ach. Ja, na gut. Wenn der so... ...so spielt, dann... ...dann muss ich flashen. Jetzt kommen die zu uns überhaupt? Nein, oder? Checken Leute, checken. Ich muss noch strecken. Yeah. Yeah. Ich hab TP. Also wenn sie war, jetzt kann ich Becken kaufen und dann TP'n. Ah, das ist doch cool. Uh, what the hell? Tch. Was geht da? We devain, Mechanics! Oder auch nicht. Ich komm einfach so zu Dragon. Können den Dragon eigentlich machen. Warum machen wir denn nicht Dragon? Ja, ich komm hier. Der Set ist top, der Set ist top. Hat doch keinen Teleport. Warum die Vay nicht Dragon? Ja. Ja. Jetzt ist... Also hier... Der kommt aber sicher nicht rechtzeitig. Ich muss top lane teleporten, wie es ausschaut. Der pusht zu hart ran. Oh man. Jo, jetzt... Möchte ich erstmal meine Roa stacken. Ich hab erst einen Stack. Äh... Der Bart. Der geht einfach ran. Was geht mit ihm? Der macht voll die komischen Tunnel. Der macht voll die komischen Tunnel. Der macht voll die komischen Tunnel. Ich hab schon Blade. Au, fack ist auch nicht gut. Ich hab gleich einen Stun. Was? Wir haben einen Dragon, genau. Oder was meinst du da? Ob du J schon ein bisschen zu weit? Ich hab sie Stun gehabt. Ja. Ich dachte du followst ab und killst sie mit Ulti oder so. Hehehehe. Macht das... Macht das damage... Äh... Ob die viel damage per APS oder... Oder... Normal halt. Allem. Galiert mit Weidem. Mit Adi und AP. Oh man. Oh fuck. What the fuck. Hat mich noch gebrastet bevor das Ulti ausging. Scheiße man. Ich bin einfach nur im Feeden. Es tut mir leid. Fuck. Verklickt. Ich meine die anderen auch. Fuck. Er ist halt voller Tank-Kill auch eigentlich schon mit Blade of Drinking und Brutalizer. Und halt... Er ist sad. Das heißt, mein... HP-Bild ist nicht wirklich so klug gegen ihn, aber... Wow! Okay, ich weiß aber so verreckt. Wir sind auf dem Blot-Atop. What the hell? Der geht rein ohne Tower? RIP! Alter! Warum geht's nicht back? Da sind alle... Da waren ja alle Apps. Hast du ja gesehen. Vielleicht ja nicht der... Dass die Akali da über die Wall kommt. Er hat ja keine Bishop. Tch. Die Wehen macht on my way. Oh fuck. Hast du nicht der Ulti aussahen dürfen? Ich wollte eigentlich schnell die Wave clearen, weil da war so eine fette Wave. Warum geht die Wane Midlane, Alter? The fuck. Oh man, ich brauch mich eh nichts beschweren, weil ich eh hart am Feeden bin, aber trotzdem. Was ist denn? Was ist denn der Ulti? He, beide Ulti, 430 damage. Oh lol. Ja, der bei dem Kennenläuft Duwehn ist so Melee Melee-Champ Melee LOL WTF? Den krieg ich jetzt nicht mehr rein Komm gleich in den Bart Der Kali Der Kali macht so unglaublich viel Damage Naja Also wenn wir noch weiter spielen wollen Ich bin ab 7 durch Ich bin ab 7 durch Hätte anders laufen müssen am Anfang da Tja, und jetzt? Tja, und jetzt? Meine E hat sogar getroffen Was? Ich weiß nicht, war kein Shutdown Oder? Nein, war kein Shutdown Nein, war kein Shutdown Ich mach halt einfach, ich hätte ihn nicht zu hart gebeten sollen drauf Ich mach kein Damage Ich dachte, ich kann irgendwie noch retten, aber Wui Oh, deswegen nerven sie Set zum Glück Hehehe Der Ulti Hat ja jetzt nicht mehr Muss ja jetzt eine Sekunde warten, glaub' Auf Hier maft jeder Ich bin set Fuck Obola, sorry LOL Ich bin in den Sonja, als ich reingehe Uh, da kommt das Pony Wui 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 Wui, Dragon ist ab gleich Ich geh drauf auf den Hau dann weg den Jungen Ich hab keinen Mana Nice Jetzt komm her, Dragon Hehehe Easy game Ich will die Vayne ist nie in einem Fight irgendwie Keine Ahnung Fuck Hallo Warum pusht die schon wieder nicht weg? Hehehe Ich hab mir nicht reingepulsbein Five Dragon is the dream Alter, die soll da backen Hehehe Was callen wir denn jetzt? Oh, ich brauch noch ein bisschen mehr Kohle Abgelegen zu Abgelegen zu Die soll Backen Hehehe 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 Das ist auch sehr optimistisch Hehehe Die ist OP, Alter Was glaubste? Hätte ich... Hätte ich... Hätte ich... Hätte ich nur ins Echo bauen sollen Ich würd halt gerne einen Baron Ward haben Ich glaub, weil die kann ja den auch ziemlich schnell holen Die haben... Zwei Blade of the Ruin Kings Basti muss aber auch passen Aber... Sehr schön Danke, Danke Es war kein passiv-aggressives Ding, sondern einfach nur... Freies Denken Was macht der da? Wir brauchen... Wieso... Wieso pusht der alleine? Oh, oh Oh... Ich teleporten Hui, der... Der solot den Noobs, Alter Wieso ausschaut Klasse, den Bart gesolot Naja, da war auch der Cannon dabei, ne? Kommt der weg? Ne, kommt er nicht Kommt er doch Vielleicht doch Oh, und die werden wrecked jetzt alle Ui, ne, ne, ne Oje Sorry Oh, leal, der ist dann! Oh, Mann Geh mal drauf Oh, Mann Alter, so... Keine Ahnung Ist der der Cannon irgendwo, glaub ich, oder? Hm Der ist aufgebot Naja, blöd Da ist Red Buff ab Hecarum carried uns, Alter NP Oh, macht er Z-Damage Der Hecarum hat sogar 180, wusste Ich muss den auf der Top-Lane kennen Was? Der Cannon ist hinkriegt auf der Top-Lane Easy Help me Wo hast du denn? Okay, weh Ja, wir brauchen halt Oh, Mann Oh, Mann What, Al? Ich bin geflasht Help me, please What the fuck Ach, Mann Die sind alle so low Uuuuuh Uuuuh, what the fuck Oh, Leute, da Sehr schön Mit dem Set, Alter Passt auf, dass der Set Der geht über die Wall Oder nicht? Oh, nice Er macht gar nichts Wollen wir Daryl machen? Weiß nicht Ja, theoretisch könnte man schon Wir machen Ich mach da nicht mit Ich bin da nicht dabei Wieso nicht Wieso nicht? Kann ich nicht unterstützen Jetzt mach doch mal Scheiß, Krabbel Die wollen ja nicht Die tanken sicher nicht mit TP Ich hab TP Ich hab TP Das ist doch das Wort eigentlich Wir sind gleich Ab Ab 3.000 feet 1.000 feet 2.000 feet 3.000 feet LOL Get wrecked, Son Oh Mann, ich werde Oh, LOL Hab ich das Hab ich nicht gelastet Haha, nein Aber ich glaub du What the hell, ich hänge Ich bin gehängt Ich bin gehangen Wie gehangen, so gefangen Oder wie sagt man da? Mit gehangen Ja, irgendwie schon Mitgefangen, mitgehangen! Ja, genau. Ungehangen, mitgelangen! Ja, so heißt's. Wow, das tut uns echt wo? Ja, die Wende ist zu schlecht, deswegen kann ich die nicht kennenlassen. Lolz. Oh, lolz. Ich wusste es. Ich dachte, jetzt wird sie gleich gekillt oder so. Von dem Gegnern da. Wo sind die Wards kennen? Lolz. Ich habe Pink Ward, wir können auf sie drauf gehen. Weg mit der alten Heaten. Schaut, wie easy das geht. Oh mein Gott, mein Pink Ward, habt ihr das gesehen? Da war auch mit Badulte getroffen. Was bringt das? Ja, mein ich ja. Der Diver. Und weg! Lolz. Auf den Bad. Sehr schön. Mann, warum hilft mir keiner? Ich habe ja auf dem Bad waren. Aua! Der haut mich! Wo ist der Set eigentlich? Oh lolz. Wo ist der Set? Oh wow. Sehr schön. In die Tür frei. Okay. Hilfe! Oh Mann, auf die Akali. Fuck. Alter, die Akali, die macht die Dämmel doch gut. Trennt! Trennt! Fuck! Ich kann nicht rennen. Und was mache ich jetzt? Ich komme entgegen. Fuck, ich bin tot. Ja, ich konnte nicht weg. Du bist nicht richtig geworden. Nein, ich hätte auch an, dass ich weg auch können. Der hat ja ein Movement Speed Booster kennen. Und die hat auch einen Gap Close, aber ich kann nur... Und es kommen keine Creeps aus meiner Richtung, zu denen ich nicht wehen könnte oder so. Oh, die Dragon ist ab. Dragon ist uppe... Wäre ich gerade Baron? Was? Auch, als wir da gepusht haben. Ich hole Home-Arts, glaube ich, und dann komme ich... Hier ist Drake. Ja, die machen den gerade. Die werden den Road dort, aber ich kann nicht teleporten. Aber ich kann den killen einfach. Mit den Mechanics? Zeig mir heute deine Mechanics. LOL, wie schnell. Wie schnell der dropped. Naja, was war jetzt los? Ich dachte, du kannst den killen. Ja. Die ganze Zeit so zwei Damage pro Sekunde. Auf einmal 50. Okay, ich hole bei mir noch einen Frozen Heart. Obwohl der Hecarim schon eins hat. Gute Idee. Boi, CW kostet mich so an ohne Spaß. Die hat ja Angst. Die hat Angst? Wovor? Ja, dass er gerade auf sie springt. Ich bin der Anwalt von wem. Ich bin der Anwalt von wem. Der Anwalt? Pass lieber auf, ich habe keinen TP. Ich muss aber top halten, sonst kriegt er den hier wieder. Alter, der Hackerim, der geht ja ab wie ein Schnitzel. Ach man. Unleveled. Oh man. Tja. Wieso fightet ihr noch immer? Ihr seid ja in der Unterzahl schon länger, aber nicht? Nicht drauf gehen auf den. Pass auf. Alter, das ist... Ach dumm, wie viel Damage. Und? Ich habe überlebt das. Und? Dead Luck. Wieso? Ich bin weggeflascht. Fuck. Pass auf. Ey, wie soll die denn ohne Maus spielen? Guck dir den Damage an. Ich geh top. Der soll dahin gehen. Ey, der lag halig, man. What nice kills. Der Vettel geht ab. Wie... Wie spielten die ohne Maus? Und... Was meinst du ohne Maus? Was redest du? Die Vayne hat gesagt, die spielt ohne Maus. Wo? Die spielt mit diesem Pad da, Alter. Alter, was macht die? Die spielt mit diesem Pad vom Laptop. WTF? Wirklich? Wo? Wann? Hat die geschrieben? Wie, wo, wann? Hier und jetzt. Ich sehe das nicht im Chat. Wahrscheinlich, wenn du All-Chat deaktiviert hast. Achso, ja. Ja. Ich glaube ich. Ich halte gerade... Achso. Ich sehe das nicht im Chat. Halte gerade die Midlane. Nein. Noch... 350 Gold bis... Äh... Alter, was ist denn der Sekt? Nicht nachgehen. Das ist gefährlich. Jetzt gehe ich nach. Alter, der Sekt, der haut ganz schön. Sekt! Oh man. Boim, ich treffe nichts, Alter. Ich hab nichts getroffen. Oh. Oh, da geht wir drauf. Da geht wir drauf. Da geht wir drauf. Oh, hier ist eine Akali. Wow! Oh, no! Ich muss für dich spielen, glaube ich. Oh, lord. WTF? Nein! Nein! Die Bitch, Alter! Hm, sorry. Ich hab keinen Bock mehr. Hätte es nicht so machen dürfen, dann wäre sie gestorben, wahrscheinlich. WTF, Alter! Der hat sich noch geraten. Alter, die haben beide Double-Buff. Das ist unfair. Der Double-Buff. Alter, die haben jetzt noch zwei behinderte ED-Carry. Oh mein Gott. Fuck. Ja, ich glaube, ich brauche noch ein Righteous Glory oder so, aber das dauert noch, bis ich das hab. Hui. Da. Oh, shit. Okay, machen wir gar keinen Fall. Kannst du boarden? Ich hab TP. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. Ich glaube ja nicht, oder? Kannst du boarden, Basti? Okay, sehr schön. Alter, was wollen die Bitches? Oh, ich bin auch fliegen. Was meinst du? Ach so, weil du Level 16 bist. Eigentlich Level 18. Mach jetzt den Scammer-Word, Alter. Was machst du? Ohhhh. Ach nee, das ist ein anderer. Aber die kommen von hinten vielleicht. What the fuck? LOL, auf die Trap. Ja. Dann sei froh, dass der Bart kein Ulti auf dich macht oder so. Weil das die Sonias macht. Aber der Sonias... Sonias gegen Aua. Genau. Ich mach Sonias, um die Bart-Ulti zu dodgen. Auf jeden Fall Pink-Word für Akali. Aber hat die Akali jetzt schon... Akali hat schon Aua gelast. Los, sie ist down. GG. Ja, jetzt werden sie weggehe und die Noobs. Auf den Cannon. Weg mit dem... Bäm, easy game. Sehr schön. Da seid ihr's noch da. Fuck. Der Wichser! Das ist das. 13! Ja, sehr schön. Ich leb noch. Sorry. Oh man. Ich glaub den weg, den... Minion. Oh. Na für so. Boah, wie sollen wir den ADC ohne Maus spielen? Ja. Da sind die Experten dabei. Das ist alles. Die muss doch... Tausendmal Maus machen. Weil ich nicht damage der... der Hackerin macht. Die schickt ihm gleich in 18 Sekunden eine Ulti. Magst du ein bisschen Farm haben, was du? Dann gehen wir an. Ja. Ich hab wieder gebraucht dafür den Dings da. So. Drei Drakes. Uh, jetzt stirbt er wahrscheinlich. Oh lol, ist der Ulti da auch. Geh back, Alter. Die hat keine Vision und sie geht da ganz dorthin. What the fuck? Kann ich weg. Ich kann doch nicht. Ich versteh nicht, warum die das macht. Ist die Bi... Oh mein Gott. Alter, das ist doch behindert. Ja, aber das braucht keine Maus, um zu sehen, dass die Minimap da unten dunkel ist. Jetzt haben die Barren wahrscheinlich, oder nicht? Ah, pass auf. Sind alle bei dir. Hilfe! Ah, jetzt hab ich mit Sony ausgedrückt. Drauf auf die... Uh, auf die drauf jetzt. Ah, ich war zu lang. Ach, die jupt uns weg. Oh fuck! Sehr schön. Ui, da kommt der Bard noch. Boah. Da ist... Wer ist dieser SPF? Nehmt euch den. Ey, was hinter dem Clou? Ist der verrückt? Boah, die haut an den Ward hin. Wir können die den vielleicht auch machen. Die haben gleich kein Ward. Aber jetzt... Aber zu zweit nicht so. Ach, ich jetzt vielleicht auch bleiben sollen, oder? Ich kann der Ulti schießen. Ich muss backen. Hab ich schon Dings? Ja, ich hab Riders Glory. Immerhin. Alter, die Vayne! Wird gleich wieder gesolot. Von wem denn? Was? Von wem denn? Na, von wem denn? Von irgendwem? Von Bard von mir aus. Ich weiß nicht. Aber ja, wir könnten eigentlich eh Baron baiten, oder so, oder nicht? Wir hätten jetzt einfach Lack bei denen, falls. Alter, geh doch back da. Der Hacker muss da lieber weggehen, ey. Oh no, Hacker! Uh, daneben, die Noob Salter. Was geht mit denen? Oh, da ist der Kali. Auf den Bard, auf den Bard. Oh, thank you for me. Okay, wie kann ich denn jetzt angreifen, den behinderten Ward? LOL! Was ist jetzt los? Die Vayner, das ist der größte Pro der Welt. Der biert gerade Kali und... Und Kay, denke ich. Da ist ein Ward drin, oder nicht? Ja, ist er. Wo ist ein Ward drin? Hier, bei mir. Da. Oder so ein Ding? Ja, da kommt der Ding zu uns, Berg wahrscheinlich. Ah, ich geh auf den drauf. Oder auch nicht. Hilfe! Ja, weg mit den Nukes, da weg gleich drauf. Weg mit dem! Da, Ace, geht schon da schnell hin. Nehmen wir uns nicht schnell. Ich meine, wir können auch was anderes machen, aber... Alter, wie viel range hat diese... Alter, wieso häng ich immer bei dieser behinderten Ward? Da oben ist ein Ding. Da brauche ich jetzt... Swag. Dann kann ich den da oben hauen, den Ward. Irgendwie geht das mit Shift Alt oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ich muss einfach Hexen drauf machen. Barron ist... Barron ist voll im Weg, um den anzufangen. Wie lange wir brauchen halt unsere Noobies. Ja, weil du keinen Schaden machst hast du... Ja, ich mach halt nur meine Kuh. Die macht halt nur... Was ich mich jetzt als Last Item... Lüstung? Thornmail vielleicht? Rabadons. Rabadons. Rabadons? Nein, oder? Ich nehme Thornmail, glaube ich. War, glaube ich, ernst gemeint von ihm. Oh, mir fehlt Geld. Give me the money. So, how fast? So, oder gehe ich drauf auf die... Nein, du bist ja schon. Oh, oh. Nein, einer ist noch dauernd. Fuck, ich bin tot. The carry is... The carry is gonna ca... Ui, die Vayne! Doublelift! Gozu! Ge... Traut sich dir nachgehen? Gozu! What the fuck? Halt, ich bin zu tief gegangen, glaube ich. Ein bisschen. Egal. Ja, aber der Heka hat mich gebetet, möchte ich sagen. Nice. Oh, jetzt bin ich weggeflogen. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Das ist ein Noob, der macht gar nichts, der Bart. Der hat Roan Boots, wenn du den einmal treffst, dann ist er... Oh, fuck, der hat Death-Item. Der tötet dich! LoL! Was machen wir für damage, Alter? What the fuck? Jetzt habe ich keinen TP mehr. Der hat seinen Autotech 700 damage gemacht. Komm mal daher zum Drake. Du kannst das nicht machen. Uh! Nein. Warum hat die Vayne mir auch nicht geholfen gegen den Bart? Hm. Der sich unten dann ist ab. Jetzt ist es ab. Jetzt mache ich auch mal endlich damage. Jetzt habe ich Robert Löner. Das ist einfach der Baum, Alter! Der macht damage. Wtf? Der macht damage. Ah, den kannst du nicht weg. Du wirst gar keine Magier abzahlen. Und... LoL! Hecke so, Alter. Sein Ulti doch raus! Okay. Was habe ich jetzt... Ich glaube du bist dead? Nein, doch nicht. Ich glaube ich hätte mir ein MR-Item holen sollen. Ich habe kein einziges Magic-Damage-Item. Ich habe kein einziges Magic-Damage-Item. Äh, Magic-Resist-Item. Hm. Ah, F1-Melee ist glaube ich schlecht. Wtf? You getting wrecked, Son? Erzähl mir doch mal jemand! Ja, du bist alleine. Wie, ich bin alleine? Wer ist doch hier? Oh, LoL! Doublelift! Go, Su! Uh, jetzt kommt der Damage. Schau! Weg die Mute, die Sonsters. Wir brauchen mal Vision für dieses Scheiß. Oh man, der ist... Leu! Warum bist du... Let's all go in one by one. Schau! Pop the bungees wheel. Fail. Weil die bieten ja gar nicht. Naja, wie? Sie haben Angst von mir. Innenlieb. Du weißt doch besser. Achja, was bringt's. Bringt ja nichts zu das Sublime. Aber die haben schon zum tausendsten Mal unsere Buffs, Alter. Das schweigt mich viel mehr. Scheiß auf diese useless Buffs. Alter, weißt du wie schlimm der True-Damage ist, wenn die beiden die Carries haben? Der Skeleter mit Level. Der ist ja so useless. Klubber, was ist ab? Holst du den? Ja. Ist ich da? Ja, ist weg. Oh, wer hat denn eigentlich sauer? Naja, was glaubst, ha? Weißt du... Wer hat die Kokosnuss? Ich glaub. Warte, wir könnten... Crab Vision auf uns holen. Ist die ab? Ja. Der Crab Vision! Ich guck's ihn. Oh, der C-Sat tut er dich? Nein. Oh, nice! Das ist ein C-Sat. Der kann nix. Hä? Hä? Was sag ich? Was war denn das jetzt? Vielleicht hab ich hier wieder gebaitet. Oh, da ist wer. Da ist irgendwer. Das war schlecht für mich. Oh du. Fuck, ich hab meinen Pinkbot ausgegeben dafür nix. Egal. Du hast einen Minion gepinkt. Wir sehen nur noch einen Dings da. Du hast einen Minion gepinkt. Da ist wer. Haha. Wir brauchen aber nicht Diven, glaub ich. Oder können wir? Wir warten einfach auf die Supercreeps. Supercreeps kommen da. Oh oh. Auf den Bart. Bart ist tot. Easy die. Nein. Oh, ich hab den Onsen. Na ja, jetzt sind sie weg, ne? Der Tower Dive. Oh je. Dann hab ich den auch noch mal reingespielt. Wie haben wir das noch gewonnen, bitte? Haha. Schiffy game. Wtf. Okay. Na ja, dann würde ich mal sagen. So kann es auf jeden Fall immer laufen, gell? Nein. Nein, bitte nicht. Nicht mehr solche Spiele, oh mein Gott. Bitte. Warum? Rang B. Na ja, schau. Was erwartet man sich mit 5-12, irgendwas? 2-18. Na sehr, was. Aber du bist doch, du bist doch, du musstest doch die Wehen carry'n. Ich kann ja auch nix. Was, der Set hat mit 13-9 als Minus? Wtf. Ich hab auch als Minus. Ah. Ah. Jo. Ich würde sagen, Ende gut, alles gut. Ja. 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 Vielen Dank.